Staunend stehen zwei Männer auf einer Holzbrücke und blicken in die Tiefe. Offensichtlich sind sie auf einer Art Expedition, denn warum sonst sollten sie einen wackeligen Steg betreten, der sie wenige Meter später in die Tiefe stürzen ließe? Wir, die das Bild betrachten, sollen ebenfalls staunen und wohl auch ein wenig erschaudern. Die mutigen Männer gehen uns voraus, wir aber stehen auf sicherem Boden und nur unser Blick schweift über den Graben hinweg. Wie die marode Brücke künden auf seinem Grund nach Art antiker Spolien arrangierte Architekturtrümmer von dem ruinösen Charakter des Ganzen. Das gilt auch für die Burg weit oben, deren vergangene Pracht das eigentliche Thema dieses und weiterer Blätter ist. Bewusst wählte der Zeichner nicht nur eine Perspektive, die uns Menschen gegenüber der Architektur klein werden lässt, sondern nutzte auch ein kräftiges Helldunkel zur nochmaligen Steigerung der Dramatik. Was wir sehen, ist ein Druck. Die Drucktechnik ist Aquatinta, eine erst 30 Jahre zuvor in Frankreich erfundene spezielle Form der Etz-Radierung, mit der es möglich wurde, das charakteristische Helldunkel lavierter Federzeichnungen zu reproduzieren. Ganz offensichtlich ging es nicht nur dem Schöpfer, sondern auch dem Stecher der Bilder darum, eine düster erhabene Stimmung zu transportieren. Der Blick über den Burggraben gehört zu einer Folge von 19 großen Tafeln, die der Kupferstecher und spätere Akademie-Professor Friedrich Frick zwischen 1799 und 1803 veröffentlicht hat. Zu acht Tafeln hatte Friedrich Gilly die Vorlagen geliefert und es sind durchweg seine Darstellungen, die die sensualistische, romantische Sicht auf die Marienburg bevorzugen. Die mittelalterliche Burganlage der Deutsch-Ordensritter, ca. 40 km südöstlich von Danzig, war 1772 mit der neuen Provinz Westpreußen an das preußische Königreich gefallen. 1794 wurde der Burggomplex von Davigilly begutachtet, der als preußischer Oberbaurat für Westpreußen zuständig war und dem es als preußischem Pragmatiker durchaus naheliegend erschien, die Ruine abzureißen und ihre Ziegel zu recyceln. Nicht so für seinen Sohn, der ihn begleitet hatte. Ergriffen von der Unmittelbarkeit der Geschichte hielt Friedrich Gilly die Marienburg in zahllosen Skizzen fest. Darunter solche, in denen wir zwei Männer dabei begleiten, wie sie die Kellergewölbe erkunden und der Jüngere dem Älteren begeistert etwas zeigt. Vielleicht die beiden Gillys selbst? Doch ebenso, um Gillys eigene Worte zu gebrauchen, ebenso wie malerische Trümmer faszinierten ihn auch kolossale, kühne Strukturen. Damit meinte er die für ihn noch fremdartige Tektonik der gotischen Architektur. Etwa das Refektorium, wo sich wiederum zwei Besucher angeregt austauschen und augenscheinlich die konstruktiven Geheimnisse der Rippengewölbe verstehen möchten. Dort, wo sich weniger erhalten hatte, fantasierte Friedrich Gilly. Und zwar nicht nur prachtvolle Raumgebilde wie den großen Remter, sondern auch die historischen Bewohner der Burg gleich mit. Was der junge Friedrich Gilly in Wort und Bild aus Westpreußen mitgebracht hatte, traf in Berlin den Nerv der Zeit. Deshalb wurden seine Zeichnungen so überaus aufwendig vervielfältigt. Die Marienburg bot eine ideale Projektionsfläche für ein neues, heroisches Geschichtsverständnis, nicht zuletzt im Zusammenhang eines neuen, nationalen Selbstbewusstseins. Vielleicht mehr intuitiv denn bewusst, stellte er das historische Monument auf einen Sockel und machte es so zu einem Denkmal im doppelten Sinn. Zwei Jahre später, 1796, drehte er das Verfahren um. Mit seinem Entwurf für ein Denkmal Friedrichs des Großen stellte er einen klassischen Tempel auf einen gewaltigen Unterbau, eine Denkmalsarchitektur und ein Architekturdenkmal zugleich. Und beides sollte das aufziehende 19. Jahrhundert nachhaltig beschäftigen. Spätestens seit diesem Entwurf galt Friedrich Gilly und der Zeitgenossen als größtes Genie im Baufache. Nur vier Jahre später verstarb er, mit nur 28 Jahren. Er wurde zur Legende und Karl Friedrich Schinkel, der sein Schüler war, sein Vollender. Aber das ist eine andere Geschichte. von 8J! von 8J! des Urptums von 0! gotcha er